Heute hat ja keiner mehr Geld. Wir wissen überhaupt nicht mehr, wohin mit unserer Kohle, weil du kriegst nichts mehr auf dem Aktientepot, du kriegst nichts mehr in einem Bankkonto, du kriegst nirgendwo mehr Kohle. Und deswegen geht es heute darum, wie du in Startups investieren kannst, in coole Gründerinnen, coole Gründer und vielleicht zum nächsten großen Business Angel wirst. Darum geht es in der heutigen Folge von Onkel Schmunzel oder dem Typen hier, Felix Fönnissen. Schön, dass du dabei bist und wir steigen auch sofort in das Thema ein, weil ich finde das Thema super wichtig. Ich mache selber seit vielen Jahren Startup Investments, beteilige mich bei coolen Gründerinnen und Gründern mit tollen Produkten, mit tollen Ideen und ich habe mir ganz viele coole Tipps für euch aufgeschrieben, worauf man unbedingt achten sollte. Wenn man selber sagt, man fängt mit dem Thema an, man fängt mit dem Thema Investieren in Startups an, worauf kommt es an, welche Punkte sind wichtig, welche Dinge solltest du unbedingt berücksichtigen und, 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 und. Vielleicht hast du schon den Begriff Business Angel gehört. Business Angel, also Business Engel. Das klingt ja schon mal toll. Was ich aber glaube, ist, dass nicht auf jeden Business Angel der Ausdruck Business Angel, vielleicht sollten sich manche lieber Business Devil, Business Devil, ich habe dich ausgesagt, oder Business Vampir. Worum geht es? Es geht darum, dass du dich als Business Angel, also als ein privater Investor, dass du dich an guten Ideen, guten Gründerinnen, guten Gründern, tollen Produkten beteiligst. Wie du das machst, kommen wir gleich zu. Wichtig ist, dass du hierbei natürlich berücksichtigen solltest, an welcher Art Idee möchtest du dich überhaupt beteiligen, bei welchen Ideen kannst du Input geben und welche Dinge sind Dinge, die dich auch langfristig interessieren würden. Das Interessante an der Tätigkeit des Business Angels ist, dass du eigentlich von null bis Ende offen Beträge investieren kannst. Also hängt natürlich von deiner persönlichen, finanziellen, beruflichen, betrieblichen Finanzstruktur, hängt damit zusammen, aber du kannst für dich selber entscheiden, wie viel möchtest du investieren. Wenn man sich jetzt klassische Business Angel Invests anguckt, dann bewegen die sich wahrscheinlich in einem Rahmen von null bis 300.000, 400.000 Euro. Danach kommen meistens eher klassische Venture Capital Buden in Deutschland, aber so in diesem Segment bewegt sich das. Das heißt, es gibt auch Business Angel Invests, wo jemand sich vielleicht selber auch gar nicht als Business Angel bezeichnen würde, aber die in Anführungszeichen nur über 10, 20, 30, 40, 50.000 Euro laufen. Also auch das ist absolut möglich. Ich mache das jetzt seit vielen Jahren auf unterschiedlichen Ebenen, auch mit unterschiedlichen Beträgen. Und letztendlich geht es natürlich darum, ist es aus deiner Sicht ein lohnendes Investment? Also warum solltest du das potenziell machen? Aber mal noch einen Schritt zurück. Also wenn du hingehst und sagst, ich will mich mit dem Thema auseinandersetzen, da musst du bestimmte Dinge beachten. Also eine Sache, die du beachten solltest, ein rechtlicher Punkt ist natürlich, du kannst dich eigentlich rein formaljuristisch nur an Kapitalgesellschaften beteiligen. Also das heißt, derjenige sollte eine GmbH haben oder derjenige sollte eine UG haben oder irgendeine andere Kapitalgesellschaft, dass du dich daran beteiligst. Weil du kannst ja jetzt nicht hingehen und sagen, so ich will mich jetzt bei Felix Johnson, Einzelunternehmer, beteiligen. Ich kriege jetzt von dem seinen Arm. Das funktioniert ja nicht. Sondern du musst dich halt entscheiden und dich an einer Kapitalgesellschaft beteiligen. Und dann ist es eigentlich relativ simpel erklärt. Du gibst etwas ein, was das sein kann, sprechen wir gleich drüber. Und erhältst dafür im Gegenzug in der Regel Gesellschafteranteile. Also dir gehört ein Teil des Unternehmens. Hier ist schon mal ein Faktor wichtig. Klassische Umsatzbeteiligungen sind eigentlich per Definition keine Business Angel Tätigkeiten. Also das heißt, wenn ich mich jetzt irgendwo beteilige und sage, hey, ich gebe jetzt meinem Kameramann 50.000 Euro, dafür kriege ich aber von seinem Umsatz ab jetzt Betrag X, dann ist das ein Agreement, was wir treffen können. Aber es ist quasi keine Beteiligung an dem eigentlichen Unternehmen. Das eigentliche Unternehmen gehört dann weiterhin noch ihm. Mit allen Vor- und Nachteilen ist es schneller aufzusetzen, aber hat natürlich den erheblichen Nachteil, dass er weiterhin alle Entscheidungen komplett alleine trifft. Und wenn meine Entscheidung, sich zu beteiligen, die war, dass ich mehr Umsatz machen möchte, dann sollte ich vielleicht auch davon ausgehen, wie viel Impact kann ich reingeben, dass er mehr Umsatz macht. Und dann will ich vielleicht auch eher eine Firmenbeteiligung haben. Also das heißt, da geht es um Anteile. Anteile werden verbrieft. Das macht man dann bei einem Notar, wo man eben im Prinzip hingeht. Da gibt es jetzt auch zwei Konstellationen. Also Konstellation 1, die Firma meines Kameramanns existiert noch gar nicht. Und wir sagen, hey komm, wir gründen die Firma quasi gemeinsam. Das heißt, ich erwerbe direkt sozusagen Stammkapital oder zahle Stammkapital ein und bekomme dafür Anteile. Variante Nummer 2, die Firma besteht schon. Dann erfolgt meistens sozusagen eine zusätzliche Zahlung in die Rücklage der Gesellschaft. Das klingt jetzt total kompliziert, ist es aber überhaupt nicht. Das heißt, man guckt sich an, okay, wie viel Anteil hat die Gesellschaft? Was weiß ich, 100. Wie hoch ist das Stammkapital? 25.000, jetzt zum Beispiel bei einer GmbH. Und der Investor möchte jetzt 10% des Stammkapitals oder der Anteile erwerben. Dann zahlt er halt eben 2.500 Euro dafür. Und darüber hinaus eben Betrag X, je nachdem, was ihr auch ausgemacht habt, in die Rücklage der Gesellschaft. Dieses Geld kann wiederum eingesetzt werden, um dann damit eben richtig durchzustarten. Also, ganz wichtiger Punkt. Nächster wichtiger Punkt, rein rechtlich gesehen ist, du solltest, wenn du das machst, mit deinem Protégé, wo du die Beteiligung machst, solltest du eine Beteiligungsvereinbarung abschließen. Eine Beteiligungsvereinbarung bedeutet, du setzt ein Dokument, einen Vertrag auf, der im Idealfall ebenfalls beim Notar beglaubigt wird, wo dann eben bestimmte Punkte drinstehen. Also, mein Kameramann kann nicht das ganze Geld dann nehmen und abends mit seiner Freundin sich eine Weltreise buchen und das Geld ist weg. Jetzt guckt er traurig. Der kann auch das und das nicht machen. Der kann auch sein Gehalt nur so und so, folgende Investments müssen mir abgestimmt werden und, 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 und. Das heißt, du kannst bestimmte Regelungen festlegen, auch was die Aufnahme anderer Gesellschaften angeht und so weiter, um dann dein eingesetztes Kapital ein Stück weit zu schützen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Jetzt will ich dir am Ende noch ein paar Learnings mitgeben oder was heißt am Ende hier für eine zweite Hälfte. Also, ich will dir noch ein paar Learnings mitgeben, worauf du achten musst, wenn du als Investor, als Business Angel startest. Und auch viele Fehler, die ich gemacht habe. Der erste Punkt ist der, für mich ist ausschlaggebend, die Gründerin der Gründer, diese Person, die das macht und umsetzt. Wie viel Pfeffer hat die? Wie gut geht die mit Rückschlägen um? Wie gut kommt sie mit Kritik klar? All diese ganzen Dinge sind einer der entscheidendsten Faktoren. Ich habe am Anfang viel zu sehr auf die Idee und auf das Produkt und viel zu wenig auf die Person dahinter geachtet. Dabei ist die Person langfristig wesentlich relevanter. Das kannst du dir so vorstellen wie, wenn du eine neue Frau oder einen neuen Mann kennenlernst. Klar, die Kleidung ist wichtig, aber der Charakter schlägt am Ende dann doch auch die Kleidung. Also, dann nächster Punkt, alle Unterlagen zu sammeln. Also, sich alles aushändigen zu lassen, was für dich für ein Investment relevant ist. Und da musst du dir eine Sache vorstellen. Wenn jemand sagt, dass er die oder die Unterlagen nicht zusammenstellen will oder dass es ihr oder ihm zu viel Arbeit ist, dann kannst du ja schon darauf rückschließen, dass dein Investment vielleicht sinnlos ist. Oder wirklich hier auch mit offenen Karten zu spielen. Also, wie sieht die Schufa aus? Gibt es ein polizeiliches Führungszeugnis, wo Einträge drin sind? Welche firmenrelevanten Informationen gibt es? Welche Sicherheiten gibt es? Wie sehen alle Konten aus? Und, 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 und. Diese Dinge zu sammeln, um sich einen allumfassenden Blick zu machen, ob dein Geld lohnend dort eingesetzt wird. Der nächste Punkt ist der, sich sozusagen mal so eine Reverse-Rechnung zu machen und für sich selber zu überlegen, wenn ich jetzt meinem Kameramann 50.000 Euro gebe, was könnte ich mit den 50.000 Euro noch machen? Werden meine 50.000 Euro irgendwo anders, besser in klassischen Aktienprodukten oder in anderen Investments oder in der eigenen Company eingesetzt als bei meinem Kameramann? Auch das muss ich ja berücksichtigen, hilft aber häufig für sich selber auch eine Entscheidung treffen zu können. Selber den Markt zu checken, also zu wissen, wie sieht der Markt aus, wie entwickelt sich der Markt. Bitte verlass dich hier nicht darauf, was Gründerinnen und Gründer zu dir sagen, sondern schau dir den Markt selber an. Krieg selber ein Gefühl dafür, ob du glaubst, dass der Markt sich entwickelt. Ich habe oft genug Pitch-Dacks oder Statistiken gesehen, die einfach falsch waren, also wo einfach falsche Zahlen drin standen. Und Leute haben sich dann auf Basis dessen zu einem Investment entschieden und haben sich nachher geärgert. Kritische Fragen ist der nächste Punkt. Das heißt, denjenigen oder diejenige, wo du dich beteiligst, mal ganz kritisch zu durchleuchten und mal zu fragen, hey hör mal, was machst du denn, wenn das oder das passiert? Oder was würdest du tun, wenn das oder das passiert? Also diese Dinge zu durchleuchten, weil diese Situationen werden auftreten und dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Dann geht es darum, okay, wie sieht es aus, macht der oder diejenige das, wie gehen die Leute mit diesen Situationen um. Also kritische Fragen. Nächste Möglichkeit, mit kleinen Tickets zu beginnen. Also Tickets ist das, was man vielleicht sozusagen so das Investment nennt. Wie ich gebe jetzt so ein Ticket meinem Kameramann und da steht dann eben jetzt 5000 Euro drauf als Beispiel. Also das heißt, du musst ja nicht direkt die riesigen Summen machen, sondern für dich selber entscheiden, okay, welche dieser Summen macht vielleicht für mich erstmal Sinn und ich fange potenziell auch mit kleineren Tickets an. Da habe ich auch noch direkt einen Tipp für dich und zwar, es muss ja gar nicht immer Geld sein. Du kannst dich ja auch mit Beratung oder auch zum Beispiel mit Reichweite beteiligen. Was ich zum Beispiel nicht verstehe ist, warum nicht viel mehr Influencer hingehen und sagen, hey pass mal auf, ich promote dein Produkt bei mir auf dem Kanal. Dafür nehme ich aber keine 5000 Euro, sondern dafür hätte ich gerne eine Beteiligung in einem Unternehmen. Weil wenn der Influencer groß genug ist, kann das der Boost für das Unternehmen sein und beide Seiten können davon profitieren. Das ist schlaues Unternehmertum. Nächste Frage. Brauchst du den Gründer überhaupt, die Gründerin? Also diese Person, die das jetzt macht und ihr Business aufsetzt oder baut oder größer machen will. Brauchst du diese Person überhaupt oder könntest du es komplett unabhängig von dieser Person machen? Ist die Person vielleicht nur, ohne das zu degradieren, ein kleiner Ideengeber? Und außer der Idee gibt es kein anderes Asset, also kein Vermögenswert, den diese Person quasi mit einbringt. Weil dann solltest du dir überlegen, ob das potenziell für dich überhaupt Sinn macht, sich dort zu beteiligen. Am Ende des Tages solltest du dir alle diese Faktoren anschauen. Wir haben ja hier bei uns in unserem Zuchthaus, in unserem eigenen Inkubator auch ein Programm, wo wir Gründerinnen und Gründer darin unterstützen, den nächsten Schritt zu gehen. Wo wir mit Kapitalberatung und Marketing die Leute begleiten, um in den nächsten Monaten wirklich gemeinsam Gas zu geben. Wirf gerne mal einen Blick drauf, findest du entweder bei mir auf der Seite unter Felix Tönnesen oder wenn du auf zuchthaus.online gehst. Weil es gibt nichts Besseres, als wenn aus dem Business Angel und der Gründerin, dem Gründer oder dem Gründerteam wirklich ein gemeinsames Team entsteht, wo alle das gleiche Ziel verfolgen. Also, in dem Sinne, beschäftige dich mal intensiv mit dem Thema. Das ist ein riesiger Hebel, viel größer als irgendwie mit Beratung oder sonst was 3,50 Euro zu verdienen. Und ich hoffe, meine Tipps haben dir ein bisschen geholfen. Ich freue mich, wenn du einen Kommentar da lässt, wenn du mal schreibst, wie deine Erfahrungen in dem Bereich aussehen. Und sag bis bald, dein Onkel Schmutzer. Wo sind sie denn? Mann, ey, ich find sie nicht. Was suchst du denn? Oh, meine Abonnenten. Also jetzt abonnieren, weil ich hab keine Zeit mehr hier weiter zu suchen.